Das Viruskonzept, die Virusidee, Virus heißt übersetzt lateinisch Gift, hat Louis Pasteur in das ganze Thema reingebracht, der hat aber nachweislich Wissenschaftsbetrug betrieben, war sozusagen der berühmteste Wissenschaftsbetruger der Franzosen. Auch das wissen viele nicht. 1993, also ich glaube 100 Jahre nach seinem Ableben, durften die Tagebücher veröffentlicht werden, oder Anfang der 90er Jahre. Da hat ein Princeton-Professor sich angeschaut und hat beide verglichen, also die geheimen Tagebücher, die unter Verschluss waren, also die privaten und die offiziellen Labortagebücher. Und dann konnte er sehen, dass er nachweislich Wissenschaftsbetrug betrieben hat. Also es ist bekannt. Das heißt, die ganze Theorie mit Viren, mit bösen Bakterien und so weiter, ist eine Wissenschaftslüge. Auf dieser Lüge basiert aber alles andere, was heute uns durch die Politik und auch durch irgendwelche Wissenschaftskoryphäen immer wieder mantraartig wiederholt werden. Aber wenn die Lüge, wenn das Fundament schon die Lüge ist, dann wissen wir alle, dann kann das, was da drauf gebaut ist, nicht zur Wahrheit werden. Das heißt, die Lüge ist, dass die Lüge ist, nicht zur Wahrheit werden. Das heißt, die Lüge ist, dass die Lüge ist, nicht zur Wahrheit werden.